Kinder, es ist soweit! Tiet, Felix, ich brauche deine Hilfe. Mist. Äh, Leonhard, sind Sie das? Wusstest du, dass ich vor fast 140 Jahren schon geboren wurde? Ja, und Sie feiern das, wo ich herkomme. Meine Sammlung wird da ausgestellt und du wirst sie beschüttet? Ich? Du lernst jetzt, wie man schrumpft. Gegen Diebe? Wow, das ist ja der Hammer. Melanie ist neu bei uns. Wie ist die denn da? Die hat doch voll den Knall. Hast du heute Nachmittag schon was vor? Da hast du schon was vor. Echt? Melanys Lehrerin hat darauf bestanden, diese Ausstellung zu organisieren. Was machen wir hier? Gute Frage. Das wird die ultimative Horror-Night. Alles in Ordnung? Hier war jemand. Fehlt was? Ich glaube nur ein Notizbuch. Seine magischen Aufzeichnung. Hast du dein Talent einsetzen können? Hier. Ich werde Otto Leonhard mit seinem eigenen Rezept ausräuchern. Alter, du willst hier aufpassen. Da darfst du doch Melanie nicht hier reinlassen. Felix! Was ist da los? Hör! Okay. Und wegen der hast du unser Leben aufs Spiel gesetzt? Du wirst dich zwingen, endlich Vernunft anzunehmen. Du stehst auf meinem Kinn. So nah waren wir uns noch nie. Was ist das? Darmklo.